Scheiße, 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 Scheiße! Raus, 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 raus! Boah, mach die Tür zu, mach die Tür zu! Boah, Hilfe! So, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz kurz. Alter! Wie die abgehen? Es sind einfach saufiele, das ist das Problem an dieser Stelle hier. Kommt er jetzt rein? Geil, jetzt kommt er rein. Nee, das hast du ja so gedacht, ne? Toll, die kommen jetzt hier alle schön nacheinander. Das ist natürlich Luxor Use. Oh nein, jetzt hat er es kaputt gemacht. Boah, nee, wenn er da jetzt stehen bleibt, habe ich verloren, dann geht nichts mehr. Ach komm, nee, oder? Ist doch wieder ätzend hier. Blödes Vieh. Dann werde ich es anders machen. Oder mache ich es anders? Das ist ja echt total komfortabel so. Es ist so geil, dass er mich treffen kann dadurch. So, den lasse ich noch. Und dann gehe ich rein. So, und jetzt kriege ich ihn. Ha, 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 ha! Rüstung, das ist gut. Boah, Alter, ey. Das sind so viele gewesen. Dahinten ist aber noch einer offen. Ja, einer geschlossen. Da könnte noch einer rauskommen. Aber hier liegt auch jede Menge Zeug rum, ne? Also theoretisch ist es schon schwer, drauf zu gehen, wenn man immer alles einsammelt. Bis hierhin alles im Lohn. Wir brauchen jetzt noch die rote Zugangskarte. Da oben war die Tür, im Übrigen. Ne, hier ist keiner mehr. Weg! Ich mag keine Filmaufnahmen. Ich bin doch so unfotogen. Bin ja Let's Player. Kannst ja der Mensch halt nicht zumuten, sowas. Bla, 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 bla. Ich glaube, hier können wir noch runter. Dich habe ich auch gesehen. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. So, da müssen wir gleich rein da oben. Oh, hier ist noch ein Bloodbag. Wenn wir, äh, DayZ spielen wollen, oder sowas. Aber keine rote Karte. Bla, 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 Stufe 3. Rumgelabern. Auf höchstem Niveau. So. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz kurz. Das dauert mir sonst immer zu lange, ja? Das ist so der Hauptgrund. Okay. Muss ich jetzt hier runterspringen? Nicht im Tod. Hier ist auch voll viel Tiberium. Alter! Ich glaube, es ist nicht gut, hier runterzuspringen. Nein, ich habe voll Argen. Hier ist ein bisschen Tiberium-Zeug. Boah, ich weiß, dass du stark bist, du Zyklop. Alter! Hau ab! Man muss die nur mit einem Schuss stoppen. Dann bleiben sie sofort stehen. Aber das ist ja erstmal schwer. Boah, Hilfe, ey. Ja, seid ihr doch. Ab euch. Nur nicht stehen bleiben. Nur nicht stehen bleiben. Da gibt ja aber genug Zeug rum. Also hier kann man eigentlich auch nicht drauf gehen. Hat der jetzt super gesagt. Super. Nein! Ich bin hier nur wild am rumballern. Keine Muni mehr. Okay. Nein! Ah, die ist geil. Expedia! Expedia! Expelliamos! So, meine ich. Die Waffe ist geil, aber irgendwie ist das Geräusch nicht so richtig gut. Finde ich. Seid ihr bald mal fertig hier? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Boah, Hilfe, ey. Also ich glaube, die kommen ja einfach immer wieder. Wir müssen uns einfach vereilen. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen. Anfassen! So, lad lieber mal nach, ja. Die lädt aber echt langsam. Das ist nicht so... Die Geräusche sind aber extrem cool. Da ist ja schon einer. Ich wusste es. Es war zu lang. Keiner mehr hinter uns. Aber hier ist nix. Ich glaube, ich muss da wirklich einfach durch diesen einen Eingang. Wie der eigentlich sieht. Doof, Gott. Wir rennen jetzt einfach. Oh, tot! Hier wartet nur der Tod. Hau ab. Da war aber nix mehr, ne? Ne. Gut, wir müssen hier lang. Und jetzt ist es schön. Jetzt ist es nämlich... geradlinig. Bis hierhin zumindest. Was haben wir denn hier? Hier ist die Bär im Zeug. Laden's nach. Und dann gucken wir mal was... Lass mich. Nicht anfassen! Hier müssen wir wieder einer. Ne, wir bleiben mal bei der. Ich will jetzt gucken, was hier hinten drin ist. Da habe ich auch keine Muni mehr für, ey. Das ist... Dann ziemlich viel verballert. Verneigen Sie sich, Parker. Sie betreten heiligen Boten. Ach, halt deinen Mund. Du denkst dir das alles einfach so aus, oder? Ich habe auch nicht erwartet, dass Sie die Bedeutsamkeit verstehen würden. Ein Mann Ihrer bescheidenen Intelligenz könnte so etwas auf der Hand greifen. So, wir hauen jetzt einfach ab. Das hat sonst ja gar keinen Sinn. Da kommt auch keiner mehr. Und dann ab in die Kanalisation. Ja. Hoffentlich spült hier Cain gerade nicht ab. Nach seinem Geschäft. Boah, Hilfe. Ich habe mich total erschrocken. Ich kriege gerade Gänsehaut. Alter, es sind einfach so mega viele. Schießt ihr die Füße ab, Junge. So. Und ich habe keine Muni mehr dafür. So langsam. Jetzt... Hammer, hammer hart. Oh, stimmt. Was mir gerade auffällt. Wir haben ja lang nicht mehr pussyhaft gespeichert. So. Wann habe ich eigentlich angefangen? Hm. Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo? Mama? Mama! Von wo? Wo schießt der der auf mich? Boah, diese ganzen unsichtbaren Drecksteile hier. Ich hasse euch. Geh mir nicht so oft. Eier hier. Ich habe nur zwei. Die brauche ich noch. Die schmelzen mir meine Eier aus Stahl hier. Mit ihrem scheiß Lasergewehr. Ja, wer ballert denn da schon wieder? Och du! Das ist voll pein gelaufen. Aber das ist noch einer. Das hier wollen wir immer noch ans Leder. Aber solange jetzt hier jeder Rüstung fallen, das ist eigentlich sehr komfortabel. Das sollte man eigentlich schaffen. Da liegen wir oder was? Boah! Hör doch auf! Da ist noch einer. Das ist ja so unfair. Weißte zwei gegen einen. Sehr gut. Rüstung wieder voll. Muuu! Mann! Geh mir nicht auf die Nüsse da. Ich bin... Ich bin genervt! Ich weiß nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Meine Waffe ist fast leer. Da ist noch ein bisschen was drin. Expedia! De. So. Aber ich sollte hier nicht so viel Fremdwerbung machen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Lass mal gucken, wer hier oben noch so steht. Da ist keiner. Da sind Kameras drin. Arbeit ist nicht alles im Leben. Da. Schön, Sie sind pünktlich, Captain Parker. Die junge Frau Dr. Möbius erklimmt gerade die nächste Stufe der menschlichen Evolution. Und dann kommen Sie an die Reihe. Evolution? Für mich? Nein, danke. Da bleibe ich lieber ein Höhlenmensch. Steht dir nicht schlecht, ehrlich. Ist das jetzt der in Ernst? Was soll ich denn da machen? Okay, aber wir sind mal denn gestorben. Das kann ja nicht so weit sein. Ich habe, glaube ich, unten noch gespeichert. Boah. Das ist ja nicht wahr, ey. Okay, dann weiß ich ja, wo ich jetzt speichern muss. Hallo? Da. So, jetzt nur schnell sein. Das ist wichtig. Wichtig. Ich erinnere mich aber gerade, dass ich auch volle Rüstung hatte und die hat mich totgeballert. Ja? Das ist ja eine Frechheit. Jetzt nimmt ihr das scheiß Zeug hier auf. Mann. Wir bleiben mal schön am Rande. Am Rande des Wahnsinns. Dann kann ich ihn noch gut sehen. So. Boah. Zwei nebeneinander. Weißt du? Das ist doch nicht nötig, Freunde. Ehrlich. Na, komm. Kein Kommentar, ja? Das ist ja gut. Jetzt wollte ich es vielleicht ein bisschen zu schnell. Wir machen das jetzt wieder ordentlich. Nö. Mu. So, bald wissen wir auch auswendig, wo die stehen. Das ist auch gut. So. Kommt da irgendwo einer, glaube ich? Nee, schade. Vertan. Fatal. In den Labors darf nicht geraucht werden. Ihre Bundesregierung in Deutschland. So. Wo seid ihr? Ihr kleinen Sackratten. Ihr habt doch alle Sackläuse. Ich weiß es doch. Wo denn? Boah. Das ist manchmal so fies. Du siehst es einfach nicht. Das sind sie schon wieder gewesen. Das dynamische Duo da oben. Ich verziehe mich, Leute. Das ist mir echt zu heikel hier. Bis sie auch direkt nebeneinander stehen müssen. Weißt du? Das ist so eine Frechheit. Das sind drei. Es ist so klar, ey. Ihr habt es aber nicht mehr alle. Aber ich weiß nicht, ob das hier immer wiederkommt. Ich hoffe mal. Das wäre zumindest ganz gut. Ich habe auch keine Muni mehr für die Waffe. Aber das ist nicht alles im Leben. Wie soll ich denn da vorbeikommen an der Stelle? Hier, warte mal. Ne? Ganz ehrlich. Eben habe ich das voll locker geschafft, beim ersten Mal hochzukommen. Und jetzt knubbeln die sich da so. Was soll denn das? So. Der Rest ist da. Na gut, so kann man die geil stunnen, ne? Dann klappt das auch irgendwie. 67 Schuss, ne? Das ist aber nicht die Welt. Hilfe, hat er mich verschluckt? Das ist der Live-Tod bei Command & Conquer. Ach, guck mal. Es kommt immer wieder. Soll ich mir das mal holen? Oder haben die hier genug fallen lassen? Ne, 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 ne. So. Und jetzt... ...weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Ähm... Mit welcher Waffe könnten wir da reingehen? Hier, wir nehmen jetzt mal... ...badass-like, den Granatenwerfer. Und dann gucken wir mal. Das ist die. Die anderen sind ja im Moment noch nicht da. Ich könnte mich jetzt erstmal hier oben umgucken. Was ich nicht habe, ist diesen Schlüssel. Das heißt, ich komme hier nicht weiter. Ich muss da jetzt rein. Dann mal los, wa? Das ist nur eine Kamera. Die lasse ich jetzt einfach nicht. Und die lassen dann, glaube ich, die Dinger frei, ne? Ach, komm, hier. Kann ich das nicht überspringen? Ich will das überspringen. Evolution? Mich? Da bleib ich lieber ein Höhlenmensch. Er hat dich schon mal gehört. Alter. Bist du doof? Was mache ich denn hier, bitte? Alter, das ist ja nicht wahr. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hm, 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 hm. Boah, sind das viele. Ich habe jetzt nicht so den Dunst, wie wir das machen. Computergestützte... Welche Waffe nehmen wir da? ...vermessere Lebensform beschädigt. Bitte alle nicht notwendigen Prozesse schließen. Hm, 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 hm. Probier ich es mal mit einem Flammenwerfer? Da muss ich aber ziemlich nah ran. Wir probieren das einfach mal. Achtung! In den Labors bitte nicht rauchen. Die schmatzen schön vor sich hin. Tja, es ist echt eine gute Frage. Ich will das nicht immer wieder sehen, man. E, W, A, D, S, D. Huch. Okay, keine Taste hilft. Auch nicht alle gleichzeitig. Da bleib ich lieber ein Höhlenmensch. Blablabla. Steht dir nicht schlecht, ehrlich. Okay, wir leben noch nicht mehr. Schade. Ich bin gerade ein bisschen ratlos, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie wir die besiegen sollen. Hm. 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 Bleib ich dabei? Ich hab da so wenig Schuss für. Die Waffe ist super gut, aber... Zu wenig Schuss, ja? Das halte ich von dir. Es nützt mir auch nichts, sie zu verwandeln oder ähnliches. Also, da drüben sind ja eh noch so Viecher. Mit denen kann ich nichts anfangen. Mit denen da. Ach, scheiße, jetzt hab ich schon wieder einen Flammenwerfer. Oh, dass man das nicht überspringen kann. Diese Atombusen, ey, ist ja eklig. Und raus. So, wir holen jetzt hier direkt ab. Ich glaube nämlich, dass die Viecher sich alle gegenseitig platt machen da drin. Nein, 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 jetzt werde ich wieder weggedonnert. Scheiße, scheiße. Ach, Mann. Denn was da so im Labor ist, das tötet sich alles gegenseitig. Ob ich nur abhauen muss erstmal? Ich weiß es nicht. Sonst würde ich doch vorschlagen, wir machen an dieser Stelle erstmal eine Pause. Ich probiere mal ein bisschen rum und den Rest machen wir einfach in der morgigen Folge, ja? Meine Freunde, ist das ein Deal? Ist das ein Deal? Das ist ein Deal. Also, bis dahin. Stay tuned, was auch immer. Euer Shavo. Ciao.